Wegrennen. Eins, zwei, drei, und da ist er kaputt. Hallo. Oh, Living Wood, yes. Fantastisch. Komm mal her, Flint, wo ist mein Chester? Jetzt hat er irgendwas gesaved gerade, okay. So, Living Wood, yeah. Sauber, würde ich sagen. Das hat gut funktioniert. So, jetzt können wir weiter Holz sammeln gehen. Ah, herrlich. Ich liebe das, wenn es funktioniert. Mit Ansage kam das Viech. Mit Ansage. Herrlich. Das ist ja schön. Ich müsste mal die ganzen Bausteine mal ausgraben, wenn ich mal Zeit habe, wenn man mal eine Schippe craften und so. Wenn die Axt kaputt ist, werde ich es mal machen. Ah, herrlich. Das freut mich. Das hat echt gut geklappt. Jetzt. Den Baum hat, dass das Schwein damit angriffen hat, war auch natürlich herrlich. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Mit meiner Taktik immer dreimal draufschlagen, aber es schadet ja auch nicht, ne? Es schadet ja auch nicht. So, wahrscheinlich habt ihr diesen Kampf natürlich wieder in zwei Steps gesehen, weil da genau die Folge geteilt wurde. Kann natürlich sein. Kann mich nicht so ganz beeinflussen. So, jetzt nehme ich mal eine Schippe craften. Äh, dafür musst du mir aber meine Flints wiedergeben. Danke. Du kannst was anderes nehmen. Äh, hier. Buffalo. Fälle oder sowas. Danke. So, dann machen wir mal eine Schaufel. Eine Schaufel brauche ich natürlich Stöcke für. Stöcke habe ich natürlich nicht. Kann ja nicht alles haben. Dann gibt es Stöcke. Hallo. Ja, kann ich alles, äh, nicht, kann ich so vergessen, erst mal. Natürlich wird es jetzt genau Nacht. Ja, Mann. Mein Facken hält nicht so lange. Da, 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 da. Das ist jetzt mein Frühstück. Lecker Kürbis. So. Plant. Sag mal, hast du Scheiße? Danke. Äh, Fertilize. Hier, kriegst du Scheiße wieder. Äh, da, 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 da. Wie sieht das hier, 169 ist alles in Ordnung. Soll ich eigentlich hier mitmachen. Hier, krass du. Kannst du da rein storen. Storen. Ähm. Gut, ne Waffe haben wir noch? Die ist fast kaputt. Hat Chester noch ne Waffe? Nee. Aber da ist noch eine, oder? Ja. Ne, will ich jetzt nicht mitnehmen, sind zuviel Item Platz immer weg, also... Ist nicht so gut, ne? Oh, die sind auch alles drei fertig, das ist ja toll. Nehmen wir die auch mal glatt mit. Wo habe ich meine Fallen? Da unten? Kann ich mal eben noch ein bisschen was holen. Na, komm her. Chester, Scheiße einsammeln. Danke. Das ist gut, dass hier so ein paar Schweinchen leben, ne? Die können man immer schön, die kacken überall hin. Kann man immer schön zum Ding benutzen. So, wo sind meine Fallen? Noch ein bisschen weiter. So, da haben wir schon mal einen von den Dingern. Ach komm, hör auf, sitzt da hin. Komm, nehmen wir die anderen Falle auch mal mit, weil ich gerade hier bin. Er fügt die, glaub ich, guck mal hier. So, hängen wir jetzt alles zum Trocknen auf und dann brauchen wir immer noch Stöcke. Hier brauchen wir immer so viel in den Game. Das ist echt schlimm. So, Chester, hier, nehmen wir mal die Scheiße. So, da hoch, da hoch, da hoch. Da haben wir natürlich viel zu viel mit. Komm, trockene, trockene. So. So, jetzt Stöcke, da gibt es welche, da laufen wir hin. Ich hoffe, die habe ich noch nicht abgeerntet. Zumindest nicht vor kurzer Zeit. Ey, da ist noch ein Stock, das ist sehr gut. So, und wo gibt es noch mehr Stöcke da oben? Lalalala, Stöcke sind toll. Ja, hier unten kennen wir noch gar nicht alles. Ich könnte noch ein bisschen weiter rumgammeln, gerade mal. Ich weiß nicht, was ich von der Schippe machen. Ja, ja, ja. Bla, 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 alle Eile mit Weile. Da habe ich überhaupt Gold. Miss. So. Ich brauche Gold. Ach, ich habe noch eine gehabt. Verdammt. Jetzt kann ich jetzt mal alles Einzelne da rein. Das ist auch scheiße. Hier nehmen wir die Kohle. Und nehmen wir das Gras. So. Ja, dann müssen wir noch Gold sammeln. Ja, dann ist ja gut, dass ich noch unterwegs bin. Aber ich glaube, ich nehme erstmal die schlechtere, damit die verbraucht ist. Stöcke nehmen wir sowieso immer jetzt mit. Da sind wir ja auf der Suche quasi nach. Großer Chester da im Bild ist. So. Ich denke mal, Felsen wird es noch hier geben. Warte, ich zeige das mal auf der Karte. Da wird es noch hier mein Felsen geben. Vielleicht soll ich da mal hin. Ich habe noch Angst vor diesen großen Vögeln. Die machen so viel Schaden. Und meine Rüstung nahe 93, 39. Vielleicht finde ich das nötige Gold auch hier. Was war das? Vier Stück oder so. Kann das sein? Vier Stück kann schon sein. Ich sehe gerade mein TS-Server ist da mal. Nicht so gut. Ich wollte doch gleich noch League of Legends spielen. Ja, aber um 0,28 kann ich auch mein Server anrufen. Der wird mich hauen, wenn ich das machen sollte. Better him than me. Ja. Da hast du recht. So, die Steine nehmen wir mit. Was kann man vielleicht mal? Irgendwann eine Wand bauen oder sowas? Ich habe schon wieder eine Leiche gefunden. Schön. Oder auch nicht schön. Wir sind an Tag 13 und alles ist gut. Das freut mich so ein bisschen. So, das bauen wir noch ab. Oh, Gold. Gold ist sehr gut. Ich glaube ich brauche vier Stück. Drei oder vier. Ich weiß es nicht mehr. Lass das liegen. Da hinten sind noch Stöcke, die nehmen wir mit. Was hast du? Pick up rocks. Ah, nur Steine. Okay. Mhm. Da geht es oben rum. Mal gucken, ob wir das machen. Im Wald gibt es nicht ganz viele Steine, glaube ich. Das brauchen wir nicht. Ja, nimm den Rest mit. Schmeiß doch irgendwo hin jetzt. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Außer muss ich immer noch Pferde suchen. Oh, das sieht aus, als könnte es hier Steine geben. Ah, ne. Das ist nur so ein Zwischending. Mist. Hab ich genug, um ein Feuerchen zu machen? Ja, hab ich. Okay, dann kann ich auch hier unten weiterlaufen. Ist da nicht so das Problem. Oh, hier gibt es viele Stöcke. Oh, da gibt es viele Stöcke. Das ist ja mal hervorragend. Ist doch kein Vollmond oder sowas, ne. Ich kann das nicht sehen. Hier oben die Anzeige ist nicht da. Aber selbst wenn schon, dann wird es halt so ein Wehrschwein dann tödlich sein. Kein Problem, würde ich sagen. Ich sammle mal einfach weiter, bis ich das Gold zusammen habe. Das habe ich gesagt, brauche ich nicht. Über Back-Off, ja klar. So, haben wir viel mehr Steine haben wir schon wieder. Das ist echt unglaublich. Das brauchen wir gerade nicht. Da gibt es auf jeden Fall noch Steine auf der anderen Seite. Da könnte man vielleicht hier oben rum hinkommen. Ich weiß es nicht. Er saft mal wieder, okay. Sehr gut. Safe ist immer schön. Wir brauchen Stöcke, deswegen sind wir hier runtergeladen, hauptsächlich. Und Gold. Gold würde ich auch nicht verschmähen, das würde ich mitnehmen. Oh man. Ich habe vorhin was gesagt von, ich bin relativ wach, ne? Aber gut, Gänen, das darf man ja zündurch machen. Trotzdem glaubt ihr mir hoffentlich, dass ich wach bin. Vor allem, weil ich gleich noch was anderes aufnehmen muss. Ich komme gerade vom Singleplayer, das habe ich gerade als erstes aufgenommen, nach meinem Urlaub. Das ist jetzt das zweite und gleich nehme ich noch Metro auf. Das wird schon alles noch klappen. Und dann habe ich vor, vielleicht heute mal so um zwei im Bett zu sein oder so, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Eigentlich wollte ich ja LOL spielen, aber wenn der TS natürlich nicht geht, dann kann ich sowieso vergessen. Tja. Shit happens würde ich sagen. Shit happens. Shit happens. So, jetzt habe ich aber genug Stücke. Guck mal hier, schon 34 Stück. Gold wäre jetzt nicht noch ein bisschen schlecht, wenn ich Gold finden würde. Da gibt es auch noch ein Land in Sicht. Ich gehe noch ein bisschen näher ran, dass man ein bisschen mehr davon sieht. Sonst habe ich das spät auf der großen Karte. Okay, dann leben Schweine sogar. Schweine leben sowieso relativ überall hier, glaube ich. Ein paar Möhren. Möhren, Möhren. Erstmal hier irgendwas, damit ihr ein bisschen fitter bist. Es wird Nacht. Hier gibt es Bienen. Bienen, immer eine gute Suppe. Kennt doch jeder, die berühmte Bienensuppe. So, jetzt übernehme ich die Nacht mal, ohne dass ich mir ein Feuerchen baue. Ja. Ja. Ja.